Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Transkommunikationsforschung, ich begrüße Sie sehr herzlich und möchte Ihnen sagen, dass ich mich sehr freue, hier in Wien einen Vortrag halten zu dürfen. Ich bedanke mich für die freundliche Einladung und ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Nun, ich hoffe, dass ich Ihnen zum Thema Transkommunikation einiges berichten kann. Vielleicht ist Ihnen manches schon bekannt, doch ganz sicher ist auch vieles neu. Lassen Sie mich gleich in Medias Res gehen. Die technisch gestützte Transkommunikation, wie wir sie seit einigen Jahren nennen, seit Professor Ernst Zengowski diese Formulierung populär gemacht hat, bedeutet heute nicht mehr nur die allgemein bekannten Tonbandstimmen, wobei ich natürlich das Wörtchen nur in Gänsefüßchen setzen möchte, denn Tonbandstimmen werden nach wie vor noch praktiziert und bei einigen sogar mit sehr gutem Erfolg. Die Transkommunikation heute umfasst eine sehr umfangreiche Palette. Wir zählen alle Jenseitskontakte dazu, die in Verbindung mit technischen bzw. elektronischen Apparaturen zustande kommen. Dazu gehören außer dem bekannten Tonbandgerät oder Kassettenrekordern und allen mehr oder weniger bekannten Zusatzgeräten auch Fernsehen, Video, Computer und sogar Telefonkontakte. Sie werden morgen solche von mir hören. Ich habe über alle diese Kontakte in meinem 1988 beim Hermann-Bauer-Verlag in Freiburg erschienen Buch »Brücke zwischen Diesseits und Jenseits« ausführlich berichtet. Deshalb werde ich heute und morgen nicht in Details gehen und Ihnen komplizierte Geräte erläutern, die, wie ich Ihnen noch erklären werde, nicht für jeden Experimentator Bedeutung haben und auch nicht für jeden Ort. Im Übrigen gibt es prädestiniertere Forscher als mich, welche die Technik aus dem FF beherrschen. Bei meinem Vortrag möchte ich auf die Dinge zu sprechen kommen, deren sich jeder von uns bedienen kann, ohne dass er auf neue Geräte umsteigen muss und finanzielle Ausgaben hat und ohne dass er sich mit Versuchsexperimenten abplagt, die aufgrund seines Umfeldes und seiner ureigensten Bewusstseinsstruktur von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Ich werde darüber noch ausführlich sprechen, doch möchte ich zunächst ein wenig chronologisch berichten. Ein kurzer Rückblick auf meine, nun, sagen wir, Laufbahn, wenn man überhaupt so sagen darf, sei gestattet, denn ich weiß ja nicht, wer unter den Zuhörern mich überhaupt kennt. Ich habe 1972 begonnen, mich mit den Tonbandstimmen zu befassen, also vor mehr als 20 Jahren. Das Motiv war der Hinübergang meiner 22-jährigen Tochter, wobei ich aber gleich bemerken möchte, dass nach kurzer Zeit des Experimentierens dies für mich kein Anlass mehr war. Ich hatte mich sehr rasch, aufgrund meiner Kontakte, von der Weiterexistenz des Menschen nach dem leiblichen Tod überzeugen können und auch die Aussagen meiner Tochter ließen keine Trauer mehr aufkommen. Zum Beispiel sagte sie, ich bin hier unsagbar glücklich, wie gepolstert. Ich finde, das ist eine ganz fantastische Aussage, denn wir würden diese Formulierung gepolstert sicher nicht gebrauchen. Aber dieses Wort beinhaltet doch alles. Eine weitere Aussage lautet, es ist hier wunderschön, ich möchte nie mehr zurück. Es gibt viele solche schöne Aussagen von meiner Tochter bei einem Kongress in Katholica in Italien, der unter dem Motto Verwaiste Eltern stattfand, konnte ich vielen Eltern damit Trost spenden. Ich sah dann in der Tonbandstimmenforschung eine große Aufgabe, meine Aufgabe darin, anderen Menschen, ganz besonders aber trauenden und verzweifelnden Hinterbliebenen, durch diese Kontakte Trost und Hilfe zu vermitteln. Meine Damen und Herren, bis es aber so weit war, hatte ich eine lange Odyssee hinter mir. Eine harte Geduldsprobe wurde mir abverlangt. Nachdem ich durch einen Zufall, nun, Sie wissen, es gibt bekanntlich keine Zufälle, es fällt uns etwas zu, auf Jürgensons Buch Sprechfunk mit Verstorbenen gestoßen war, war ich neugierig geworden, aber nicht nur neugierig, sondern auch außerordentlich skeptisch. Doch ich wollte die Gewissheit. Ich setzte mich in Verbindung mit den großen Koryphäen der Forschung. Ich fuhr zu Jürgensons nach Schweden. Das blieb nicht bei diesem ersten Besuch. Ich fuhr mehrmals nach Bad Kotzingen, zu Dr. Constein in Raudiefe, zu Hanna Buschbeck nach Horb, zu Franz Seidel nach Wien und auch zu anderen erfolgreichen Experimentatoren in Berlin und anderen Großstädten. Es waren damals noch relativ wenige. Alle diese Personen leben nicht mehr auf dieser Erde. Kontakte aber gibt es mit allen. Ich hatte wirklich keine Mühe gescheut, wenn ich daran denke, wie viele Personen mich anrufen oder mir schreiben und fragen, kennen Sie denn niemand in meiner Stadt oder in meiner näheren Umgebung, der mir zeigen könnte, wie man das macht? Ja, und oft passiert es dann, wenn ich jemanden nenne, der vielleicht 50 Kilometer oder höchstens bis zu 100 Kilometer entfernt von dem Betreffenden wohnt, und das dann gesagt wird, ach, das ist mir leider zu weit. Dabei handelt es sich sogar oft um Menschen, die einen Ehepartner oder ein Kind verloren haben und angeblich nicht darüber hinwegkommen. Da möchte man am liebsten zu den Betreffenden sagen, wenn es ihnen diese kleine Mühe nicht wert ist, dann verdienen sie einen solchen Kontakt nicht. Oder jemand macht einen Versuch, wohlgemerkt, einen einzigen Versuch und sagt dann zutiefst enttäuscht, da war nichts auf dem Band. Ja, ein so ungeduldiger Mensch eignet sich für solche Experimente überhaupt nicht. Oft ist auch etwas auf dem Band, nur gehört wird es nicht. Auch mir erging es anfangs nicht anders. Wenn ich später frühere Bände abhörte, entdeckte ich noch eine Menge Stimmen, die mir als ungeübte Anfängerin entgegangen waren. Über richtiges Hören habe ich vor einiger Zeit eine Abhandlung geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, den Artikel vorzulesen, ich glaube nicht, aber ich habe Kopien davon gemacht und verteile sie morgen gerne, wenn jemand daran interessiert ist. Ja, ich stand damals sozusagen ganz allein auf weiter Flur und niemand, wirklich niemand in meiner Stadt oder in der ganzen Umgebung hatte eine Ahnung von solchen Kontakten. Man könnte sagen, ich arbeitete damals mehr oder weniger nach dem Grundsatz, Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert, Praxis ist, wenn alles funktioniert und niemand weiß weshalb. Später, als dann doch dann dort etwas von meinem Tun durchsickerte, hieß es, nun, die Frau ist halt ein bisschen lieber geschnappt nach dem Tod ihrer Tochter. Wer mag es ihr verdenken? Wie ich schon sagte, ich hatte mich vor Ort ausführlich informiert und hatte auch bei den verschiedenen Experimentatoren Stimmen gehört. Mehr oder weniger gute, aber überzeugt war ich trotzdem noch lange nicht. Außerdem erschrecken mich damals die technischen Geräte, besonders bei Konstantin Raudiefe, der in seinem Schreibzimmer ein ganzes Arsenal davon herumstehen hatte. Ich hatte damals von der Technik so wenig Ahnung wie ein sechsjähriges Schulkind von der hohen Mathematik und dachte, dass ich das niemals lernen werde. Als ich dann Geburtstag hatte, wünschte ich mir von meinem Mann ein Tonbandgerät. Dann saß ich Abend für Abend vor dem Gerät und war und flehte um Kontakt. Und dies drei Monate, wohlgemerkt, drei Monate lang, jeden Abend, ohne den kleinsten Erfolg. Als ich dann dachte, nun, ist ja doch alles Humbug. Die Menschen bilden sich was ein, sie glauben, Stimmen zu hören, aber es ist bestimmt nichts dahinter. Zeitverschwendung, üh, hör auf damit. Da kam plötzlich eine Stimme durch, unverkennbar die Stimme meiner Tochter Heli, die sagte, Muie, liebe, gute Muie, hier ist Heli. Muie, das war mein großer Name. Sicher können Sie sich vorstellen, wie elektrisiert und ungeheuer aufgeregt ich war. Ich holte meinen Mann, damit er sich diese Stimme anhören sollte. Und was sagte er? Ja, das ist Heli, das ist ihre Stimme, aber das gibt es nicht. So denken viele Menschen, was es nicht geben darf, das gibt es eben nicht. Ich aber ließ mich nicht beirren, ich machte weiter und hatte dann großen Erfolg. Nachdem ich etwa so ein Jahr lang ganz allein eingespielt hatte, konnte ich nach und nach einige Personen gewinnen, die sich an diesen Abenden beteiligten. Jede Woche einmal, immer zur gleichen Zeit. Das ist sehr wichtig, meine Damen und Herren, denn die Jenseitigen richten sich nämlich danach. Ich arbeite damals mit einem Tonbandgerät, das es schon lange nicht mehr gibt, wie es ja überhaupt kaum noch Tonbandgeräte gibt, sodass fast jeder seit Jahren nur noch mit Kassettenrekorder einspielt. Dazu benutzte ich ein uraltes Radiogerät ohne Trennschärfe und stellte immer Fremdsprachen ein, Russisch, Polnisch, Tschechisch, also eben solche, die ich nicht verstand. Bedingt durch mein erstes Buch über die Tonbandstimmen meldeten sich immer mehr Menschen bei mir, sodass es manchmal zehn bis zwölf Personen waren, die Teilnahmen. Aber ich muss sagen, dass die damaligen Einspielungen quantitativ und qualitativ ganz hervorragend waren. Manche Personen kamen von weit her. Ich war natürlich bange, ob sie auch Kontakt bekommen würden oder ob sie unverrichtete Dinge wieder heimreißen müssten. Aber erstaunlicherweise glückte es fast immer und ich bin davon überzeugt, dass die Emotionen, die Trauer, die große Liebe vor allem zu den Verstorbenen diese Kontakte begünstigten. Ein Jenseitiger hat einmal gesagt, Technik ist nicht alles, sie ersetzt nicht die Macht des Gedankens. Nun, meine Damen und Herren, was ist die Macht des Gedankens? Es ist die Inbrunst, der Herzenswunsch nach Kontakten mit den Verstorbenen. Ganz einfach ausgedrückt, es ist unsere Liebe zu ihnen. Jedenfalls war es für mich immer eine große Freude, wenn Menschen, die traurig oder oft sogar weinend zu mir kamen, getröstet und voller Freude nach Hause gehen konnten. Ich habe durch die Tonbandstimme nur Positives erlebt, niemals etwas Negatives. Aber es muss auch darauf hingewiesen werden, dass es negative Einflüsse gibt. Vor einigen Jahren hat mir mein Verlag ein Manuskript zugeschickt. Ich sollte prüfen, begutachten und meine Meinung dazu äußern, ob dieses Manuskript als Buch herauskommen soll oder nicht. Ich kann Ihnen sagen, was ich da zu lesen bekam, übertraf alles, was ich bisher an Negativen hörte. Das Manuskript strotzte vor Abscheulichkeiten, Obszenitäten. Ich war entsetzt. Es war einfach widerlich, sodass ich es kaum zu Ende lesen konnte. Diese Frau tat alles, was ihr eine Stimme zuflüsterte. Sie züchtete sich selber mit Ruten, sie legte sich die ganze Nacht lang splitternackt auf die kalten Fliesen ihrer Waschküche. Ich könnte eine lange Reihe von sinnwidrigen Handlungen aufzählen. Ja, am Ende landete sie beim Psychiater. Nun, was ich dazu zu sagen habe, kann ich ganz kurz umreißen. Aufgrund des Briefes, den ich damals an den Bauer Verlag schrieb. Ich habe geschrieben, genauso wie es religiös Besessene gibt, kann es auch Tonbandstimmen Besessene geben. Aber deshalb wird man weder die Religion noch die Tonbandstimmung verbieten. Wer durch Tonbandstimmen depressiv, krank oder sonst wie psychisch geschädigt wird, war vorher schon nicht in Ordnung. Zumindest psychisch angeschlagen, wenn auch vielleicht nur latent. Ich rate allen Neulingen, sich nur dann damit zu befassen, wenn sie mit beiden Beinen auf der Erde stehen und gewiss sind, dass sie sich gegen etwaige negative Einflüsse wehren können. Oder man muss sofort längere Zeit pausieren. Aus einer Passage des Manuskriptes dieser Frau geht deutlich hervor, was für eine grundfalsche Einstellung sie zu den Tonbandstimmen hatte. Ich zitiere, Das besagt wohl alles. Ich meine, jeder hat die Geister, die er verdient. Ich habe dem Verlag natürlich abgeraten und geschrieben, dass dieses Buch total einseitig ist und der Forschung in keiner Weise gerecht wird. Es wäre genauso, als würde man behaupten, alle Kranken werden falsch behandelt, weil eine Operation misslungen ist. Solche tendenziellen Stellungnahmen, die nur individuellen Charakter haben können, lassen die Ergebnisse von Tausenden und Abertausenden von Forschern unbeirksichtigen. Ich befasste mich also zunächst, wie ich Ihnen schon sagte, allein mit Experimenten. Später wurden es fünf, acht bis zwölf Personen. Schließlich musste ich einen Saal mieten, weil die Leute bei mir nicht mehr Platz fanden und wir trafen uns dann regelmäßig alle vier Wochen. Es waren zunächst 20, 30, dann 50, später 80 und 100. Auch heute noch halte ich diese Zusammenkünfte ab, wenn auch unregelmäßig, doch immer in einem gewissen Turnus. Mir ist ganz klar gesagt worden, dass meine Aufgabe jetzt nicht mehr darin besteht, mühsam einzelnen Menschen die Grundbegriffe der Transkommunikation beizubringen, so wie ich es fast 20 Jahre lang getan habe, sondern, dass ich nun meine Erkenntnisse und Erfahrungen in einer anderen Form unter die Menschheit bringen soll. Und zwar, wodurch können das besser gehen, als durch Bücher. Das Wissen um die Transkommunikation und somit um das nachtodliche Leben, was ja das Primäre an der Transkommunikation ist, wird dadurch viel mehr Menschen mitgeteilt, als ich im engen Rahmen bewerkstelligen könnte. Dass mein Entschluss richtig war, beweist, dass mein Buch, Brücke zwischen Diesseits und Jenseits, bereits in drei Sprachen übersetzt wurde. Italienisch, Französisch, Portugiesisch und eine vierte, Hebräisch, ist im Gespräch. Ich hatte bereits erwähnt, dass die Transkommunikation auch Computerkontakte, Videobilder und Telefonkontakte umfasst. Ich selber besitze keinen Computer, kann damit auch gar nicht umgehen. Klaus Schreiber, der die ersten Videobilder bekam, saß nächtelang vor dem Fernseher. Dazu braucht man also sehr viel Zeit und Geduld, die ich aufgrund meiner schreibenden Tätigkeit einfach nicht aufbringen kann. Jeder Mensch muss wissen, wozu er sich eignet, an welchem Platz er seine Aufgabe zu erfüllen hat. Ein Kollege aus meiner Gruppe bemühte sich zum Beispiel um Videoeinspielungen, aber ohne Erfolg. Es wurde ihm konkret gesagt, dass er dafür nicht vorgesehen sei, sondern sich auf Tonbandeinspielungen konzentrieren soll. Aber ich kann bestätigen, dass es alle diese Kontakte tatsächlich gibt, denn ich konnte mich davor überzeugen. Ich war mehrmals bei dem Ehepaar Hasch-Fischbach in Luxemburg und habe miterlebt, wie sich auf dem Video Verstorbene zeigt. Ich habe miterlebt, wie das Telefon klingelte und Maggie Hasch-Fischbach mit Zwischen Salter telefonierte, einer jenseitigen Wesenheit, mit der das Ehepaar ausführlich in seinen Zeitschriften berichtet, wie auch ich in meinem Buch. Ich habe erlebt, wie sich der Computer, während wir in einem Lokal zu Abend gegessen hatten, angeschaltet und Texte ausgedruckt hatte. Ich hatte mich überzeugt, dass vorher, bevor wir gingen, sämtliche Geräte abgeschaltet waren. Auch meine Tochter kam auf Video in Luxemburg durch. Ich hatte das Glück, bei Klaus Schreiber live zu erleben, wie sich Bilder manifestierten. Ich sagte zu ihm während einer Tagung, nachdem er die ersten Videobilder vorgeführt hatte, wie schön wäre es doch, wenn sich auch meine Tochter einmal zeigen würde. Nach ein paar Wochen erhielt ich von Klaus Schreiber einen dicken Brief. Zuerst las ich seine Zeilen, bevor ich das zweite Courant aufmachte. Er schrieb, auf seinem Video hätte sich ein Mädchen manifestiert, das er nicht kennen würde. Ich sollte die beigelegten Fotos ansehen, ob es eventuell meine Tochter wäre. Sie können sich vorstellen, mit welchen Gefühlen ich diesen Umschlag öffnete. Ich sagte mir, erwartet ihr nichts, damit du nicht enttäuscht wirst? Doch hatte ich natürlich Hoffnung. Ja, es war wirklich meine Tochter. Ihr Bild wurde von vielen Zeitschriften veröffentlicht, sowohl als Lebende wie auch als Verstorbene, damit die Endlichkeit ersichtlich war. Auch in einem Buch von Rainer Holbe wurden die Fotos veröffentlicht. Eine besondere Art des Direktkontaktes erlebte ich laufend in Darmstadt bei Peter Hertig. Bis zu seinem Tod 1988 meldete sich eine Wesenheit direkt aus dem Radio. Der Sprecher nannte sich A-B-X-Juno. A für Außerirdisch, B für Biologisch und X für Experiment. Aber das alles steht ausführlich in meinem Brücke zwischen Diesseits und Jetzseits. Bei Adolf Hohmes in Riewenich, auch einem sehr erfolgreichen Experimentator, meldete sich vor einigen Wochen A-B-X-Juno und sagte, dass er sich bald wieder in Darmstadt melden wird. Bekanntlich wird die Gruppe in Darmstadt von Jochen Vornhoff weitergeführt. Ich lese Ihnen vor, was A-B-X-Juno durchgab. Hier spricht A-B-X-Juno. Sie werden meine, ihnen bekannte Stimme nicht erkennen. Dies liegt an der Verschiedenheit der Formen auf Ihrer Seite. Ich sende Ihnen eine Übermittlung für die Gruppe Vornhoff und bestätige hiermit alle Informationen der Wesenheit Claudius. Die Seele Claudius verfügt über ein so großes Potenzial, dass sich dies niemals durch ein Medium ausdrücken lässt. Bitte haben Sie Vertrauen. Haben Sie Dank für alle bisherigen Bemühungen. Grüßen Sie bitte Herrn Vornhoff, Frau Schäfer, Frau Herting sowie alle Freunde Ihrer Gruppe. Kontaktende. Ich kann noch weiter durchsagen, das wird jetzt etwas zu viel. Meine Damen und Herren, als ich vor etwa 15 Jahren das Buch schrieb Stimmen aus einer anderen Welt, bat ich Friedrich Jürgens Sohn, mit dem ich damals befreundet war, das Vorwort zu schreiben. Er sagte, Ja, das mache ich gerne, aber unter einer Bedingung. Du darfst in deinem Buch nicht behaupten, dass für diese Kontakte Medialität erforderlich ist. Ich hielt mich selbstverständlich an das Versprechen, das ich ihm geben musste, obwohl ich mich damals bereits davon überzeugen konnte, dass Friedrich Jürgens Sohn sehr medial veranlagt war. Doch damit, liebe Zuhörer, will ich keineswegs zum Aufdruck bringen, dass nur Menschen mit medialen Fähigkeiten Kontakte über die technisch bestützte Transkommunikation erhalten. Ich selber habe mich noch nie für medial gehalten, aber ich frage Sie, was ist überhaupt Medialität? Sagt man nicht auch, dass jeder Mensch latent medial ist und dass uns nur aufgrund unserer materialistischen Einstellung, unserer Ich-Bezogenheit und Unsensibilität so vieles abhanden kommen ist, worüber beispielsweise Naturvölker noch verfügen? Ich will hier absolut keinen Vortrag über Medialität halten, doch ich musste dies erwähnen, um Ihnen die Art erklären zu können, wie sich heute die Kontakte bei uns gestalten, nämlich Technik mit Medialität kombiniert. Ich will Ihnen dies näher erklären. Seit etwa vier Jahren arbeiten die Gruppen Aschaffenburg-Darmstadt zusammen. Das heißt, jede Gruppe arbeitet zwar auch für sich allein, aber man trifft sich auch regelmäßig zu gemeinsamen Vorträgen, Vorführungen, Gedanken Austausch. Das große Glück bei dieser Verbindung ist, dass der Leiter der Darmstädter Gruppe, obwohl vom Beruf Lehrer, Konrektor, ein außerordentlich technisch versierter Herr ist und das weitere große Glück besteht darin, dass ein Herr aus meiner Gruppe, ein selbstständiger Versicherungskaufmann, sich als fantastisches Sprechmedium herauskristallisierte. Über dieses Sprechmedium, wir nennen es Anonymität wegen Mark, bekommen wir Kontakte mit einem hohen Geistwesen, das sich Claudius nennt, Kaiser Claudius Cäsar und über ihn auch Kontakt mit jenseitigen Wissenschaftlern, Technikern, Physikern und verstorbenen Korriphäen der Transkommunikationsforschung, wie auch unter anderem zum Beispiel Konstantin Raulige. Zur Verfügung für uns stellen sich auch Nikola Tesla, der kroatisch-amerikanische Physiker, der 1943 verstorben ist und Peter Herting, der ehemalige Leiter der Darmstädter Gruppe und viele andere mehr. Von diesen Experten erhalten wir Hinweise und Ratschläge, wie die Transkommunikation verbessert werden kann. Der technisch versierte Herr Vonhoff setzt dann die theoretischen Hinweise von drüben in die Praxis um, trifft die nötigen Anordnungen der Apparate und baut Zusatzgeräte, wie sie von den jenseitigen genau beschrieben und sogar die Skizzen hierfür durchgegeben werden. Herr Vonhoff bringt vierteljährlich eine Zeitschrift heraus, sie heißt Info, die ja jeder beziehen kann und darin kann man laufend, wird man laufend darüber unterrichtet, was sich bei uns so tut. Ich muss aber auch erwähnen, dass Herr Vonhoff Nikola Tesla zum Beispiel fragte, ob das, was er durchgibt an Zusatzgeräten und Anordnungen für die Apparaturen ausschließlich für Darmstadt bestimmt ist oder ob auch andere damit arbeiten können. Ich zitiere die Antwort von Nikola Tesla. Alles ist abgestimmt auf die Energien in diesem Haus vorhanden sind. Es hat einige Zeit gedauert, aber sie waren immer ein geduldiger Mensch und ich freue mich, dass sie mit uns arbeiten, denn auch Misserfolge haben sie bisher nicht davon abgehalten, nach neuen Wegen zu suchen. Das zeichnet den Forscher aus. Sie sind nicht ein Mensch, der beim ersten Misserfolg die Kappe an den Nagel hängt und dies ist wichtig für mich zu wissen. Trotz ihres Berufes haben sie ein gutes technisches Verständnis und unser Techniker hier, der ihnen beigegeben wurde, wird ihnen stets zur Seite stehen. Doch wie es nun einmal so ist, bei den Forschern, sie gehen verschiedene Wege und nicht jeder Weg ist der richtige. Doch haben sie Vertrauen, wenn ein Weg nicht gangbar ist, werden wir immer einen neuen suchen und auch finden. Wir sind ihnen beigegeben und wir werden ihnen immer zur Seite stehen. Zitat Ende. Ist eine solche Durchsage nicht Motivation und riesiger Ansporn? Doch es wurden uns auch allgemeine Ratschläge erteilt, die für alle Experimentatoren Glücklichkeit haben. Ich möchte deshalb aus den vielen Anregungen von drüben diejenigen herausgreifen, die auch ihnen mit Sicherheit Denkanstöße geben können und die sie eventuell, sofern sie sich mit Einspielungen befassen, in ihre Praxis mit einbeziehen können. Also, beginnen wir mit dem ersten Aspekt. Es kam einmal auf Tonband bei Herrn Vornow folgende Durchsage. Ein Problem ist die Größe der Gruppe. Wir fragten dann über unser Medium, was damit gemeint sei und es wurde uns erklärt, dass zwei weitere Personen hinzugenommen werden sollten, damit unser Schwingungsangebot vergrößert wird. Dies ist ein außerordentlich wichtiger Aspekt, der noch an Bedeutung gewinnt, weil Neulinge, bevor sie endgültig zu Einspielabenden zugelassen werden, von unseren Jenseitspartnern auf ihre Schwingung hingeprüft werden. Erst dann, wenn wir das okay bekommen haben, dürfen sie sich der Gruppe anschließen. Menschen mit negativer Ausstrahlung würden mit Sicherheit stören. Ein weiterer Aspekt, jeder Experimentator erlebt einmal eine gewisse Zeit, während wir die Kontakte schwächer durchkommen. Auf unsere Frage, warum das so ist, wurde uns gesagt, beachtet, dass sich auf unsere Kontakte bei der technisch gestützten Transkommunikation die Wetterlage sehr stark auswirkt. Die Ionosphäre, die Stratosphäre, die Atmosphäre sind manchmal starken Verwirbelungen ausgesetzt. Derjenige unter euch, der empfindsam ist, spürt die Turbulenzen. Aus diesem Grund werden die Kontakte technischer Art etwas durcheinandergebracht. Seht, die Unstimmigkeiten in der Stratosphäre haben viel Verwirrung gestiftet. Sonneneruptionen, Sonnenfinsternisse, Atomversuche. Auch die brennenden Ölfelder setzten Energien frei, die Wirbel verursachten. Es ist für uns sehr schwierig, deshalb versuchen wir immer wieder neue Wege zu gehen. Für die Tonbandstimmen im Allgemeinen gilt, dass atmosphärische Störungen eine klare Übermittlung sehr schwierig gestalten. Dennoch, eines ist gewiss, selbst der kleinste Beweis einer Umformung legt Zeugnis von uns ab. Ende der Durchsage. Jenseitige sagen uns des Öfteren, dass ihr größtes Problem bei den Kontakten mit uns die Zeit ist. Ich will Ihnen dies näher erklären. Die Kontakte müssen im Kontinuum, im richtigen Moment, auf der Zeitachse angesiedelt werden. Das heißt, im Jenseits ist der Moment, in dem Sie uns hören. Ein winziger Punkt, eine winzige Stelle im Raum zu einer bestimmten Zeit. Diesen Punkt müssen Sie orten und messen, wie schnell unsere Zeit läuft. Die Kommunikation in unserem materiellen Bereich ist einfacher. Wir hören einen Menschen reden und antworten. Er hört es sofort. Die Zeiten der beiden Partner sind nicht synchron, aber sie laufen gleich schnell. Mit einer Schneck zu reden, wäre für uns schwieriger. Endlich ist das Problem zwischen diesseits und jenseits. Nur sind wir für die Jenseitigen wahrscheinlich Ultraschnecken. Wir erleben in einer Sekunde 18 Eindrücke, wissenschaftlich belegt. Die Jenseitigen so viele sie wollen. Sie müssen also ungeheuer aufpassen, dass sie uns im richtigen Moment erwischen, damit wir auch hinhören. 90% aller Botschaften, so lautet die Aussage von drüben, gehen verloren, da der Mensch seine 18 Eindrücke aufbraucht für sehen, hören, denken und viele Eindrücke, die ihn ablenken. Eine 18 Sekunde, wenn der Einmalstille in uns ist, reicht kaum für lange Botschaften. Also muss der Mensch lernen, Zeit zu lehren mit 2 E. Das heißt, er muss während einer Einspielung in der Lage sein, Ohren, Augen, Nase, das Denken abzuschalten, damit ihre Botschaften erreichen können. Dann hören wir auch ihre Aussagen, sofern ich gerade das Telefon bei uns klärt. Ein wichtiger Aspekt ist auch folgender, es wurde uns gesagt, verwendet zu Anfang jeder Einspielung immer die gleiche Formel. Sie könnte etwa so lauten, wir rufen euch, die ihr uns zur Begleitung gegeben wurdet, wir rufen euch und bitten um eure Hilfe für uns und für die Menschheit. Dies kann eine Eröffnung sein und dann beginnt eure Fragen zu stellen. Der Kreis hier bei uns aus drüben wird durch diese Worte angeformt und wir wollen versuchen, den Kanal zu festigen. Als wir fragten, warum diese Formel wichtig ist, bekamen wir zur Antwort. Sie dient zur Sammlung der Energien. Seht, die Einführung, die ich spreche, also Claudius, bei unseren medialen Kontakten ist immer die gleiche im Ansatz. Sie bezweckt die Konzentration des Einzelnen, damit wir ihn einbinden können. Diese Formel lautet so, wie sie ihn kurz sagen, Klau, Klau, Claudius. Und zwar deshalb, weil der Kaiser Claudius gestottert hat, ja, das ist ein Erkennungszeichen. Also noch einmal, Klau, Klau, Claudius, Herodes Agrippa, Freund meines Lebens, ich schließe den Kreis, ich binde euch ein in die Gnade der Allmacht. Es ist auch wichtig, dass ihr die Fragen erarbeitet und dann eventuell die Frage von einem einzigen gestellt werden kann, aber laut, damit die Gedankenströme der anwesenden Personen festgebündelt werden können und nicht aus dem Verbund abweichen. Es ist sehr wichtig, dass ihr alle in diesem Kreis eine einheitliche, geistige Vorstellungskraft eurer eigenen und die sollte sich so manifestieren, dass alle, jeder Einzelne von euch bei diesen Einspielungen einen Punkt anvisiert. Es ist auch sehr wichtig für jede Art von Transkommunikation, dass damit nicht gespielt wird, denn es werden Energien freigesetzt, die heilen oder zerstören können, denn die Energie ist weder gut noch böse. Es kommt auf die Anwendung an, meine Freunde. Verliert euch auch nicht so sehr in euren eigenen privaten Problemen, die von untergeordneter Bedeutung sind. Ende der Durchsage. Wir fragten auch, um welche Energie es sich handelt, die für die Jenseitigen erforderlich ist. Da kam Folgendes durch. Tachionenenergie. Tachionen, ihre Energie ist schneller als das Licht und sie ist nicht messbar. Über die näheren Zusammenhänge habe ich in Band 2 Dialog mit Claudius, der Ende September zur Buchmesse erscheint, berichtet. Nun zum nächsten Punkt. Diese Aussage ist etwas, was alle Forscher interessieren dürfte. Es wurde uns nämlich gesagt, dass wir in den Lichtkegel, eine UV-Lampe, also ultraviolett, damit arbeiten, sowohl Herr Vondorf wie auch Professor Senkowski, einen Kristall setzen sollten. Wir fragten natürlich, warum, wieso. Hier der genaue Wortlaut, der Antwort. Der Kristall gibt Energien ab, die Sie nicht besitzen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diesen Kristall dazu benutzen, um die von uns erzeugte Energie zu bündeln. Ein Beispiel. Sie schicken einen Lichtstrahl aus und dieser Lichtstrahl trifft auf ein Loch. Er wird sich dann verlieren. Durch den Kristall aber wird der Energiestrahl zurückgeleitet. Er wird sich vielfach brechen. Dazu eine Erklärung, was Energiebündelung bedeutet. Stellen Sie sich vor, dass hier auf unserer Seite, also jeden Satz, viele Radioapparate stehen und wir bemüht sind, diese Radioapparate alle auf einen Kanal einzustellen. auf den Kanal, den der Sender ausstrahlt, damit wir alle diese eine Energie bündeln und diese bestimmte Sendung auf allen anderen Geräten zu hören ist. Gleichzeitig, liebe Freunde, sind wir Sender. Das heißt, wir senden eine bestimmte Sprache aus, einen bestimmten Dialog zu Ihnen und nun müssen Sie versuchen, dass jeder Einzelne von Ihnen, der als Empfänger gilt, diesen Knopf so weit einreguliert, dass eine Gesamtfrequenz entstehen kann. Dadurch wird es möglich, dass sowohl von Ihrer Seite als auch von unserer Seite gesendet und empfangen werden kann. Das ist die Erklärung, die ich Ihnen geben kann. Noch ein Hinweis. Ein Kristall wird gelagert. Durch das Eintauchen in natürliches Wasser läutert sich der Kristall. Regenwasser durchläuft die Atmosphäre und ist bereits geläutert, wenn es zu euch kommt. Abgestandenes Regenwasser sollte nicht verwendet werden, aber die Reinigung des Kristalls ist wichtig. Nun zu einem weiteren Aspekt. Es wurde uns gesagt, dass ergänzend zu unseren Apparaturen auch eine sogenannte Mückenscheuche verwendet werden soll. In unseren Experimentierkreisen ist dieses sehr kleine und billige Zusatzgerät schon längst bekannt, auch unter dem Begriff Hundepfeife. Das Gerät gibt einen sehr hohen Ton von sich, der von Menschen kaum, aber von Tieren, sondern von Hunden, wahrgenommen wird und auch von Mücken, die dann diesen Raum meiden, wo diese Mückenscheuche piepst. Claudius sagte, uns ist die Ortung leichter gefallen durch dieses kleine Gerät, weil die Frequenz, die es aussendet, von uns aufgenommen werden kann. Es ist keine Störungsfrequenz. Verwendet dieses Gerät bitte weiter. Nach dem Sinn der technisch gestützten Transkommunikation befragt sagt Claudius folgendes. Der Sinn liegt darin, dass beweiskräftige Kontakte, die in euer technisches, materielles Leben hinein passen, geliefert werden. Für viele Menschen ist es eine ungeheure Hilfe, über den Tod ihrer Angehörigen hinaus die Erfahrung zu sammeln, dass der Tod nicht das Lebensende ist, sondern ein Übergang. Es war mitunter sehr schwer für uns eine gültige Aussage zu geben, denn die Gruppen der Menschen, die zusammengeführt wurden, um diese Experimente starten zu können, bestanden aus zu verschiedenen Energien. Deshalb kam es auch vor, dass jeder etwas anderes hörte. Doch immer war es möglich, dass der Einzelne gemäß seines Verständnisses Stimmen wahrgenommen hat und dies war die primäre Situation, die wir schaffen wollten. Auf unsere Frage, wie die Stimmen auf die Tonbänder kommen, erhielten wir folgende Antwort. Seht, meine Lieben, das Tonband ist beschichtet. Was wir gemacht haben, ist die Struktur der Beschichtung der Magnetbänder so zu verändern, dass sie sich gemäß unserer ausgesandten Energien ausgerichtet hat. Nichts anderes geschieht zum Beispiel bei großen Geräten, die angesteuert werden, um eine direkte Stimme zu erreichen. Völlig anders ist die Situation, wenn ich durch einen Lautsprecher sprechen möchte. Hier geschieht es, dass nicht das Tonband, sondern die Geräte, durch die wir uns artikulieren, beeinflusst werden. Wir nehmen Schwingungen auf, bündeln sie und leiten sie über die Geräte direkt in den Lautsprecher hinein. Ihr habt es erlebt in Luxemburg und in Darmstadt bei Peter Herting, wie sich die Stimmen modifiziert haben. Heute bedienen wir uns auch eurer Technik, Computer, Video und so weiter. Aber die Tonbandstimmen waren für uns zunächst ein Einstieg, denn das andere Material stand uns noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Hier brauchen wir nicht nur Geräte, sondern wir brauchen einen Experimentator dazu, um zum Beispiel Telefonkontakte zu steuern, um einen Computer zu bedienen, um irgendjemanden sprechen zu lassen. Die Fortsetzung dieser ersten Transkommunikationskontakte geschah über Peter Herting, über Manfred Boden und zur gleichen Zeit auch über Luxemburg. Wir fragten, sind das sehr mediale Menschen oder sind sie gezielt von euch ausgewählt worden oder hat ihre Seele diesen Weg gesucht? Claudius antwortete, meine Lieben, das Letztere ist der Fall. Die Bereitschaft der Seele war ausschlaggebend, dass es möglich wurde, sie anzusteuern. Seht die Frage nach dem Woher und nach dem Wohin des Menschen, nach dem Sinn des Lebens ist in jedem latent vorhanden, nur bringt der eine oder andere bestimmte Voraussetzungen mit, die es uns ermöglichen, ihm die Gnade des Erkennens zu geben, damit er sie weiterfällt. Unsere weitere Frage an Claudius, gibt es auch auf eurer Ebene Forschungsgruppen? Claudius antwortete, ja, aber wir nennen es nicht Forschungsgruppen. Und bitte nehmt jetzt nicht, nehmt jetzt, wenn ich sage, dass sich solche Gruppen aus verschiedenen Personen zusammensetzen, die Personen nicht wörtlich, sondern es sind verschiedene geistige Schwingungen. Diese geistigen Schwingungen finden sich zusammen und jede bringt ihr eigenes Wissen, ihre eigenen Erkenntnisse aus ihrer eigenen Akasha-Chronik mit in dieses Gesamtwissen ein. Deshalb ist es möglich, dass auch Physiker, die hier mitarbeiten und andere Gelehrte, Anstöße geben für euch und der Lernprozess eines jeden Einzelnen hier, wie bei euch vorwärts schreitet. Wir fragten, ihr habt doch Zugang zum gesamten Informationsfeld des Universums. Könntet ihr da unseren Forschergruppen der Transkommunikation nicht eine umfassendere Hilfestelle geben? Hilfestellung geben? Claudius antwortet, meine Lieben, nichts leichter als das. Ich könnte euch das ganze Wissen dieser Welt und anderer Welten vermitteln, nur ihr könntet damit nichts anfangen, weil ihr es nicht einordnen könnt, da ihr die Grundlagen nicht beherrscht. Das Einzige, was von unserer Seite aus möglich ist, den Boden euch zu bereiten, um euch weiterzuführen, um euch zu helfen, die Hürden zu nehmen und noch etwas. Wenn es uns nicht möglich ist, euer geistiges Potenzial zu bündeln, wird es auch unmöglich sein, eine dauerhafte Brücke zu bauen. Es wird dann nur sporadisch eine Verbindung möglich sein, damit euch der Mut nicht genommen wird. Unsere Frage, du sagtest, es gibt auch negative, niedere Wesen, die sich einmischen. Unsere Transkommunikation könnte diesen Wesen nicht Einhalt gebieten? Claudius antwortet, meine Lieben, ihr zieht diese Wesen an und deshalb ist es uns nicht möglich einzugrafen. Unsere nächste Frage, ist Transkommunikation ein Geschenk für uns, eine Gnade, damit wir eine Bewusstseinserweiterung erfahren? Die Antwort von Claudius lautet, wir alle, meine Freunde, die wir hier auf unserer Ebene uns um die Transkommunikation bemühen, sind nichts anderes als Geburtshelfer für ein neues, geistiges Bewusstsein. Die Transkommunikation, gleich in welcher Form sie stattfindet, hat schon einen einzigen Sinn, den Menschen einen Weg aufzuzeigen, den sie gehen können und sie werden sich zwangsläufig weiter entwickeln, wenn sie einen solchen Weg beschreiten. Natürlich ist es so, dass der rational denkende Mensch mit diesen Dingen wenig anfangen kann. Derjenige, der dem materiellen Denken verhaftet ist, wird es schwer haben, neue Impulse zu bekommen. Es wird viele geben, die dafür und viele, die dagegen sind. Es wird viele geben, die mit einem Lächeln darüber hinweggehen. Das ist die Entwicklung jedes einzelnen Menschen. Seht, meine Freunde, so wie die Parapsychologie als Hexerei verbannt wurde, so wie die Alchemisten vom Geheimnis sich umschleiern wiesen, so ähnlich ist es heute mit der Transkommunikation. Die Wege zur Erkenntnis des Einzelnen sind verschieden. Sie waren es zu allen Zeiten. Transkommunikation ist permanent vorhanden. Die Frage ist nur, ob der Empfänger bereit ist, eingeschaltet ist, Informationen aufzunehmen. Denkt daran, wenn ihr ein Fernsehgerät nicht einschaltet, erscheint kein Bild, trotzdem die Information latent vorhanden ist. Das Wollen der Allmacht ist, dass der Mensch diese Gnade erkennen kann. Denn ansonsten, meine Freunde, wäre euer Leben nicht einen Pfifferling wert, wenn ihr vergesst, dass es etwas mehr ist, Mensch zu sein, als gemeinhin wahrgenommen wird. Unsere Frage bei den Tonbandstimmen traucht immer wieder die Vermutung auf, dass es sich um Manifestationen des eigenen Unterbewusstseins handeln könnte. Was sagst du dazu? Claudius sagt, nein, mein Freund. Derjenige, der Erfolge aufzuweisen hat bei der technisch gestützten Transkommunikation, wird so lange einen Begleiter haben, der ihm Worte zuflüstert, solange er demütig ist. Seht es so. Um jeden von euch schadet sich eine Gruppe von Geistwesen. Diese Gruppe von Geistwesen kann sich auf dem Tonband stellenweise manifestieren. Die technisch gestützte Transkommunikation nimmt Schwingungen auf, die vielseitig sein können, bis sie gesteuert werden von einem einzigen geistigen zentralen Verbund. Deshalb sollte auch der Empfänger nie allein gelassen werden, denn es können Missverständnisse auftreten und er könnte irgendetwas hineinzudeuten versuchen in die Sprache, die er auf seinem Tonband vorfindet, was gar nicht gesagt wurde. Noch eine Frage von uns. Besteht ein Unterschied zwischen dem Kontakt mit dir, Claudius, und den Tonbandstimmen? Claudius antwortet. Seht, meine Lieben, unsere Kontakte kommen auf andere Weise zustande. Wir benötigen eine Person, die sich völlig zur Verfügung stellt und uns damit die Möglichkeit gibt, eine unbegrenzte Abschirmung zu erreichen. Das ist bei Tonbandstimmen anders. Hierbei spielt die persönliche Tagesform eine Rolle. Ihr wisst aus der Vergangenheit, dass mancher Experimentator zunächst keine Probleme hatte. Sie traten in der Regel erst dann auf, als er an die Öffentlichkeit ging oder sich selbst als auserwählt betrachtete und die Demut verlor oder mit den Stimmen ein Geschäft zu machen versuchte. Seid euch bewusst, dass wir ganz andere Wege gehen als die Freunde der Tonbandstimmen. Seid euch bewusst, dass wir nicht nur eine einzige Wahrheit bringen, sondern alle Wahrheiten. Ich weiß, dass ich euch irritiere, aber es ist so, dass wir in diesem Kreis ein breites Spektrum anschneiden können, was woanders nicht möglich ist. Und noch eine letzte Aussage von Claudius. Alles technische Wissen ist nicht ausschlaggebend für die Schaffung der Transkommunikation zu uns. Was wir brauchen und was ihr braucht, meine Freunde, ist Liebe und Demut, um der Allmacht die Pforten zu öffnen, damit sie zu euch durchdrehen kann. Täuschet euch nicht, Apparaturen allein sind es nicht, sondern das Gefühl, mit denen sie bedient werden. Meine Damen und Herren, zu all dem, was sie nun von Claudius zu hören bekamen, wobei es sich natürlich um sehr gekürzte Aussagen handelt, möchte ich ganz persönlich noch etwas hinzufügen. Mit Tonbandstimmen wird selbstverständlich nach wie wohl gearbeitet. Ich kenne mehrere sehr erfolgreiche Experimentatoren. Aber, warum sollte man sich nicht nach einer anderen Möglichkeit bedienen und neue Wege gehen, wenn sie Erfolg versprechen und die Kontakte nach dritten verbessern? Ich meine damit unsere Kombination Transkommunikation und Medialität. Wir sollten Transkommunikation nicht eng begrenzt sehen und nicht in den Fehler verfallen, dem die Skeptiker den Tonbandstimmen gegenüber machen, nämlich zu verurteilen, was sie gar nicht kennen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zeit ist fortgeschritten. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch einen wichtigen Satz von Claudius durchgeben. Nichts, was ihr tut, wird umsonst gewesen sein. Und überall auf eurer Welt wird die Transkommunikation weitergeführt werden. Die Zeit ist angebrochen. Viele Versuche laufen. Viele sind auserwählt, aber nur wenige berufen. Und noch einen schönen Satz. Die Liebe der Allmacht ist grenzenlos. Es gibt für euch nichts Wichtigeres als zu wissen, dass ihr geborgen seid in der Güte des Allmächtigen und dass nach eurem leiblichen Tod ein neues und sicher glücklicheres Leben für euch beginnt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.